Fragten Sie mal nach dem Preis, Herr Leitner. Was kostet denn der Nahrschnitt da? Der kostet dann 8,50 Euro, siehst du jetzt? Echt super Preis, gell? Ja. Wochennahrschnitt, gell? Ja. Und mit Dauerwerte, wie kostet er? Die Dauerwerte kostet 8,40 Euro. 34,95 Euro, du musst aber die Welt mitbringen. Und das gibt es natürlich gleich heran, wenn Sie mal schauen wollen. Langsam, Herr Doktor, wo, wo, wo? Ja, also wenn Sie dann eine Dauerwerte möchten, oder keine Ahnung. Ach hier, der Klassiker für die Haut ab 40 Euro. Eulofonas. Habe ich der Renate mal geschenkt. Gut.